Herzlich Willkommen zu Risen 3 Titan Lords. Wir haben letztes Mal Fische erbeutet und jetzt können wir uns auf den Weg Richtung Zitadelle machen. Und zwar wird dann Nate unser Führer sein. Komm, lass uns zur Zitadelle gehen. Lass uns zur Zitadelle gehen. Du hast nicht zufällig etwas Fisch dabei? Zehn Stück würden schon reichen. Klar habe ich die. Hier, ich habe etwas rohen Fisch. Wunderbar. Wo hast du den denn jetzt aufgetrieben? Na, ist doch egal. Lass uns zur Zitadelle gehen. Folge mir. Wir haben einen ganz schönen Weg vor uns. Ich hoffe, du kannst gut mit deiner Waffe umgehen. Warte mal auf mich. Weiter. Jetzt geht's los. Okay, das heißt, wir haben jetzt wenigstens wieder jemanden, der mit uns zusammen kämpft. Tschak. Ist er den Ersten schon besiegt hier? Tatsächlich. Der ist aber fix, der Typie. So. Der Nate. Jetzt hätt's doch nicht so. Hier gab's noch ein Klingenblatt. Das könnte mir irgendwann mal nützlich sein. Weiter. Du machst doch nicht etwas schlapp? Ich komm schon klar. Dann ist ja gut. Wenn du noch Fragen hast, frag einfach. Was macht ihr, wenn ihr gar keinen Fisch mehr bekommt? Wir haben den Kontakt zu zwei Bauernhöfen verloren. Noch gibt es genug, aber wenn noch mehr Leute auf die Insel kommen, kriegen wir ein Problem. Noch ist keine Panik ausgebrochen. Aber bald, fürchte ich. Lass uns weitergehen. Alles klar. Bleib dicht hinter mir. Hier ist es nicht ganz ungefährlich. Ich weiß auch nicht, was mit den Höfen passiert ist. Ich weiß nur, dass keiner mehr beliefert wird. Vielleicht wissen die Leute bei der Taverne mehr. Gibt's da nicht nochmal? Da kannst du ja mal nachfragen, wenn du möchtest. Weiter geht's. Ich komm ja schon. Ich komm ja schon. Komm schon. Dann gibt's den nächsten. Das ist schön, wenn der die erledigt. Dann kriegen wir dafür nämlich auch Erfahrungsfunkte bzw. Ruhm. Genau. Au. Zweit macht das Ganze gleich mehr Spaß. So. Wenn du hier in Richtung Nordwesten den Berg hinauf gehst, kommst du zur Taverne. Du solltest dir bei Gelegenheit mal einen Besuch abstatten. Seit die Grünen Feuer angezündet wurden, brauchen viele von uns mal ein Schlückchen mehr. Aber lass uns erst mal weiter zur Zitadelle gehen. Was weißt du über die Grünen Feuer? Die Grünen Feuer sind ein Ruf. Ein Ruf, der alle Dämonenjäger der Welt hier versammeln soll. Um sich gegenseitig auszubilden und sich gegen die Schatten zu stellen. Wer hat sie errichtet? Das weiß ich nicht. Aber wenn du mehr über sie wissen willst, solltest du mit Eldrik reden. Erzähl mir mehr über diesen Eldrik. Eldrik ist unser Droide. Er wohnt in der Zitadelle. Er ist dein Mann, wenn du mehr über solche Dinge wissen möchtest. Lass uns weitergehen. Alles klar. Folge mir. Die Taverne ist ein guter Ort, um Gerüchte mitzubekommen. Seit die Feuer brennen, gibt es hier nicht mehr viel, um sich abzulenken. Außer, man beschäftigt sich gerne mit Leichen. So, ich muss jetzt gerade nochmal kurz neu starten, weil ich was geschaut habe und dann hat das Spiel gehangen. So, aber das speichert er Gott sei Dank öfter automatisch. So, wir sind fast da. Gleich sind wir an der Zitadelle. Die letzte Bastion gegen die Schatten. Was kannst du mir über die Schatten erzählen? So viel weiß ich auch nicht über sie. Ich weiß nur, dass sie für eine Menge Chaos sorgen. Vielleicht sind es die Vorboten darauf, dass hier bald alles zu scheiße wird. Ich weiß nur, dass ich sie töten kann. Mehr muss ich nicht wissen. Okay, lass uns weitergehen. Alles klar. Wir haben es gleich geschafft. Gleich kannst du die Zitadelle in voller Pracht sehen. Wenn es einen Ort gibt, an dem du sein willst, wenn alles den Bach runter geht, dann ist es unsere Zitadelle. So, wir sind da. Beeindruckend, nicht wahr? Wer hat das alles gebaut? Das waren unsere Vorfahren. Die Dämonenjäger von damals. Dunkle Krieger der alten Zeit. Doch das ist lange her. Zwischenzeitlich war hier keine Sau. Die Bauten verkamen und wurden zu Ruinen. Erst jetzt, da die Dunkelheit wieder über das Land kommt, werden wir wieder gebraucht. Also sind wir da und bauen alles wieder auf. Hast du sonst noch Fragen? Ich habe keine Fragen mehr. Alles klar. Dann werde ich mal zur Zitadelle gehen und Ihnen von den Fischen berichten. Gut. Haben es also her geschafft. Oh, ein Teleporter. Okay, cool. Um später schneller über die Insel zu kommen. Das ist also die Zitadelle. Ich muss sagen, wir schauen uns doch in der Zitadelle mal ein bisschen um. Jetzt müssen wir sagen, hier gibt es doch noch was. Genau. Hallo, Drake. Familie. Was? Familie. Deine Abstammung. Damit ich weiß, zu welchem Dämonenjägergeschlecht du gehörst und ich dich in die Liste eintragen kann. Oder bist du nicht dem Ruf der grünen Feuer gefolgt? Hm. Ja, lügen oder nicht lügen. Na, versuchen wir uns mal beliebt zu machen. Doch. Mein Großvater war Dämonenjäger. Dein Großvater? Ist er nicht ein bisschen zu jung, um echter Dämonenjäger gewesen zu sein? Ähm. Hör mir mal genau zu. Wenn du mich belügen willst, solltest du dir schon etwas Besseres einfallen lassen. Für so eine Scheiße habe ich keine Zeit. Wir befinden uns im Krieg. Ich würde ja gerne selber losziehen, um den Schatten eins auf die Fresse zu geben, aber... Naja. Irgendwer muss sich ja um den Laden hier kümmern. Na gut. Was machst du denn, Tünis? Wofür bist du hier zuständig? Ich kümmere mich um die Neuankömmlinge. Ich war der Erste hier. Und werde auch der Letzte sein, der noch steht. Sofern dieser Tag kommt. Hast du schon mit unserem Druiden Eldrick gesprochen? Nein. Dann tu das. Er wird sich freuen, ein neues Gesicht in unserer Zitadelle begrüßen zu dürfen. Du findest ihn im hinteren Bereich. Oh, der kann einem auch was beibringen. Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Hm, Armbrust. Medikus. Ich habe der Armbrust-Talent und 10% Brust. Solange ich noch bluten kann, lebe ich noch. Das gilt auch für dich. Noch stärker als für die meisten anderen Menschen. Dein Blutwert steigt um bis 10 pro Stufe. Das wäre schon mal cool. Wie viel Gold habe ich denn? Sprüche herstellen lernen. Das ist auch wichtig. Binde die Magie deiner Sprüche in einfache Gegenstände. Jeder dieser Gegenstände erhielt eine Ladung des Zaubers. Oh, wow. Muss man sich alles mal merken. Zeig mir, wie ich im Kampf mehr aushalte. Okay. Echt? Ich habe so viel Gold. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass das geht. Aber ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Ja, schauen wir mal lieber mal nach Eldrick, oder? Wobei, vielleicht gibt es da hier noch mal so einen Nebenquest. Ihr führt also Krieg gegen die Schatten hier in Kalador. Das ist unsere Bestimmung. Was meinst du, warum wir diese ganzen grünen Feuer entzündet haben? Als Ruf. Ein Ruf für die alten Geschlechter der Dämonenjäger. Wir Dämonenjäger haben uns seit jeher um das Gleichgewicht dieser Welt gekümmert. Lange waren wir im Hintergrund. Doch nun ist es an der Zeit für uns, wieder in Erscheinung zu treten. Na gut. Von dem erfahren wir nicht viel mehr. Ey, Hendrik, für den haben wir doch einen Brief. Aufrechter Gang. Beide Arme dran. Ist ein Anfang. Und dein Schwertarm scheint auch brauchbar zu sein. Oder war das Hachie? Ich weiß es gar nicht mehr. Brauchbar? Ich erwürge eine Seeschlange mit bloßen Händen. Ja klar. Und wo ich einen Haufen hinlege, wächst ein Nadelwald. In der Zitadelle ist für jemanden wie dich sicher noch ein Platz frei. Hm. Okay. Drücken wir eine Runde? Aha. Schauen wir mal, gibt es hier nochmal Aufträger? Kann ich mich irgendwo nützlich machen? Da fragst du am besten die anderen. Für gewöhnlich findest du sie über die ganze Eisenbucht verstreut. Na toll. Jetzt zieh mal nicht so ein Gesicht. Du kannst ja mal versuchen, mich im Armdrücken zu schlagen. Für gewöhnlich stehe ich jeden Abend am Tisch und trainiere. Sprich mich dann einfach an, vorausgesetzt du hast die nötigen Eier in der Hose. Na dann drücken wir mal eine Runde. Drücken wir eine Runde. Immer doch. Aber pass auf, dass ich dich nicht über den Tisch ziehe. Solltest du es wieder erwarten schaffen, mich zu schlagen, gibt's eine besondere Belohnung. Ein alter Opferdolch. Jeder, der so ein Teil mit sich führt, wird Wurfdolche in Zukunft besser beherrschen. Also, halt dich ran. Okay, schauen wir mal. Drücke die Tasten im richtigen Moment, um deinen Gegner zu überwinden. Haha. Come on then. Du hast fair gewonnen. Ich dachte zwar für eine Sekunde, ich schaff dich, aber rumpfst zwar der Arm unten. Hier, den Dolch und das Gold, bin ich dir wohl schuldig. Damit du mich nicht arm machst, bin ich dafür, dass wir in Zukunft um kleinere Einsätze drücken. Hmhm. Sehr schön. Das war's also mit Henrik. Ja, ich weiß jetzt immer noch nicht genau, was ich da zu einem Kram nehmen darf und was nicht. Okay. Machen wir erst mal hier so die Grubensachen draußen. Drick kennen wir jetzt schon. Eldrick. Harte Zeiten verlangen harte Entscheidungen. Wir haben dich gefunden. Wie bitte? Entschuldige. Ich bin in Gedanken. Willkommen in Kalador. Der letzten Bastion der dunklen Krieger. Diesseits des großen Lavasturms. Solange der Krieg der Titanenlords andauert, werden starke Männer gebraucht. Unsere Aufgabe hier in der Eisenbucht ist es, die Menschen gegen die Mächte des Bösen zu verteidigen. Okay, der klingt zwar so ein bisschen wie ein Druid, aber er sieht überhaupt nicht so aus. So, schauen wir mal, ob der uns helfen kann. Ein Schattenlord hat mir meinen Geist gestohlen. Ja, ich ahnte schon so etwas. Ich sehe es in deinen Augen. Das ist nicht gut. Ja, ich könnte mir auch etwas Besseres vorstellen. Wie ist das passiert? Machen wir es kurz. In einer Totenkopfhöhle an der Krabbenküste kam ich einem Kristallportal zu nahe. Diese Totenkopfhöhlen wurden überall in der Südsee gesichtet. Mich erreichen hier unzählige Berichte von Menschen, die von Schatten gejagt und getötet wurden. Nicht selten wurde ihnen nur der Geist genommen, um sie gefügig zu machen. Allein deinem starken Willen ist es zu verdanken, dass du noch Herr deiner Sinne bist. Die meisten erliegen den Angriffen der Schatten und werden in kürzester Zeit selbst zu einem Schergen der Unterwelt. Du bist erstaunlich weit gekommen. Wie traurig für dich, dass dir das alles nichts nützen wird. Ich will kein Scherge der Unterwelt werden. Du musst mir helfen, meinen Geist zurückzubekommen. Das ist nicht so einfach, mein Junge. Das Schattenreich ist voller Mysterien und Täuschungen. In einem Moment scheint alles klar und im nächsten liegt über allem der Schleier des Vergessens. Aber du musst doch irgendetwas tun können. Die alte Kultur von Kalador war hochentwickelt und hat möglicherweise das Wissen, was wir dazu bräuchten. War ja klar, dass es hier noch kein Ende nimmt. Wenn du allerdings kämpfen lernen willst, solltest du mit Henrik oder Drake reden. Okay. Wer zur Hölle steckt hinter diesen Angriffen der Schatten? Es muss eine uralte Macht aus längst vergangenen Tagen sein. Noch hat sich unser Gegner nicht offenbart. Doch ich fürchte, wenn er es tut, dann wird es tödlich für uns alle. Ein Geist namens Crow tyrannisiert die Meere. Der Feind darf niemals die absolute Kontrolle über die Meere bekommen. Wenn das geschieht, sind wir alle auf uns selbst gestellt. Niemand wird mehr mit der Unterstützung einer anderen Gemeinschaft gegen die Schatten rechnen können. Was macht ein Druide bei den Dämonenjägern? Lass dich nicht von dem Staub der zerfallenen Ruinen blenden. Dieses Land birgt auch heute noch eine große Macht. In seiner Blütezeit verstanden die dunklen Krieger von Kalador noch die höheren Zusammenhänge der Titanenkriege. Sie konnten die Titanen aufspüren und kannten die wunden Punkte ihrer Meister, der Titanenlords. Die Nachkommen der großen Krieger von einst haben auch heute noch diese Kraft. Ich zündete die grünen Feuer und sah, wie sie in das Land ihrer Ahnen pilgerten auf der Suche nach ihrem Schicksal. Ich bin hier, um ihnen zu helfen, sich wieder an ihre alte Stärke zu erinnern. Jetzt, wo die Schatten über unser Land kommen, brauchen wir sie mehr denn je. Okay. Also schon, dass wir hier noch was tun können. Wie kann ich euch unterstützen? Unsere letzte Schlacht führten wir im Norde des Landes. Die Totenkopfhöhle dort oben wurde von meinen dunklen Kriegern ausgeräuchert und das Kristallportal zerstört. Doch haben wir schwere Verluste erlitten. Viele sind getötet worden und viele sind geflohen. Viele sind bisher nicht zurückgekehrt. Jemand muss ihnen helfen, ihren Weg wieder zurück in die Zitadelle zu finden. Das heißt, ich soll da helfen oder wem? Na, dann kümmere uns noch mal drum. Du kannst auf mich zählen. Ich kümmere mich um deine Krieger. Vielen Dank. Wie gesagt, wir können jede Hilfe gebrauchen. So. Das interessiert mich aber auch noch. Ihr habt ein Kristallportal zerstört? Wie? Den Zauber habe ich hier in der Zitadelle gefunden. Wenn man weiß, wie man es anstellt, ist es einfach. Der Zauber bringt den Kristall zum Schwingen, bis er überladen wird und in tausend Teile zerbirst. Komm mit. Ich zeige es dir. So. Und jetzt zeige ich dir, wie man den Zauber wirkt. Pass gut drauf. Und jetzt, du. Ich werde es versuchen. Yay. Sehr gut. So. Nun solltest auch du ein Kristallportal zerstören können. Danke. Ich kann es kaum erwarten, die Dinger zurück ins Reich der Schatten zu sprengen. Sehr schön. Wieder was gelernt. So. So. Erst mal gucken. Also nach Kalador dann. Das Wissen von Kalador soll mir helfen? In den Ruinen des Landes liegen wahre Schätze vergraben. Die dunklen Krieger waren sehr weise. Sie kannten sich aus mit den Mysterien des Schattenreiches. Das alte Wissen, was sie in ihren Gebäuden gesammelt haben, liegt oft noch völlig unberührt in ihren Ruinen verborgen. Wenn du die richtigen Schriften findest und zu mir bringen kannst, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Deinen Geist zurückzubekommen. Das klingt doch gut. Ich bringe dir das alte Wissen von Kalador. Wo genau soll ich anfangen, wo genau soll ich anfangen zu suchen? In den alten Aufzeichnungen der Dämonenjäger ist immer von einem Grimoire die Rede. Einem Schriftstück aus den Tagen, als die Kultur noch blühte, in einer alten Burgruine im Westen der Eisenbucht soll es das letzte Mal aufgetaucht sein. Burgruine im Westen Grimoire finden, sollte ich hinkriegen. Gut, aber sei wachsam. Aus der Gegend wird mir ein Urschlimmes berichtet. In unserer letzten Schlacht ist einer der Schattenlords in den Westen geflohen. Bestimmt ist er da noch irgendwo. Werds mir merken. Was ist mit dem großen Schiff unten in der Eisenbucht? Ich glaube, es ist für sie so etwas wie eine letzte Chance, das Land zu verlassen, wenn Kalador fällt. Die dunklen Krieger werden es so lange dort unten vor Anker liegen lassen, bis Kalador befreit ist. Es einen, jemand kommt und zeigt ihnen einen Weg, etwas Großes mit ihrer Fregatte anzufangen. Dazu müsste es aber schon einer von ihnen sein. Ein Dämonenjäger. Okay. Könnte auch ich ein Dämonenjäger werden? Ja. Ich kann dich die alten Zauber der dunklen Krieger lehren. Wenn alle Dämonenjäger wieder in der Zitadelle versammelt sind, werden wir den alten Bund in einer feierlichen Zeremonie erneuern. Wenn du dann dabei bist, kannst du bei den Dämonenjägern ebenfalls aufgenommen werden. Verstehe. Okay. Dann die Frage, muss ich mich jetzt für eine Richtung entscheiden? Oder kann ich auch alles sein? Ich würde mir nämlich auch gerne nochmal die anderen Inseln angucken. Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Uh, Tränke braun lernen. Das wäre natürlich mal super. Dualmeister weiß ich gar nicht, wofür es gut ist. Ich glaube, so viel Gold haben wir nicht, oder? Ich habe nicht genug Gold. War klar. Heißt, wir müssen mal gucken, wie viel... Ah, falsch, das ist das. Wie viel Gold haben wir denn eigentlich? Steht das mal irgendwo? Blunder... Alles hier. Gold wert 30. Nee. Steht das mal irgendwo? Vielleicht im Logbuch. Nee, da haben wir die ganzen... ganzen Quest. Oh, wir haben eine Crew. Okay, das ist cool. Ah, da gibt es schon mal einen Händler. Da könnte man zumindest mal gucken. Ähm, ja. Ja, aber was der Händler zu verkaufen hat und was wir dem Händler verkaufen, das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Bis dahin. Ciao. Ciao.